Hallo und herzlich willkommen bei wiressengesund.de. Wir gehen heute der Frage nach, wie viele Kalorien hat eigentlich ein Apfel? Würde ich es mir einfach machen, würde ich sagen, zwischen 45 und 60 pro 100 Gramm je nach Sorte. Aber das wäre mir tatsächlich zu einfach. Es gibt ein paar wirklich sehr interessante Fakten zu Äpfeln und dessen Kalorien, die ich extra für euch zusammengesucht habe. Was glaubt ihr, haben süße oder saure Äpfel mehr Kalorien? Der vernünftige Menschenverstand würde sagen, natürlich haben süße Äpfel mehr Kalorien als saure Äpfel. Sie sind ja so süß, weil sie so viel Zucker haben. Ganz so einfach ist es aber nicht. Im Jahr 2005 gab es eine Studie. Man hat 180 Apfelsorten untersucht und auf dessen Kaloriengehalt getestet. Das Ergebnis der Studie wird einen allerdings etwas wundern. Der kalorienreichste Apfel dieser Untersuchung heißt Kaiser Alexander und ist ein saurer Apfel. Der kalorienärmste Apfel hingegen heißt Grünstedtinger und ist eher süß. Wie kommt es dazu? Die Erklärung ist an und für sich ganz einfach. Es geht nämlich nicht nur um den Zuckergehalt, es geht auch um den Säuregehalt. Ein Apfel mit viel Säure braucht auch viel Zucker, um süß zu schmecken. Ein Apfel mit wenig Säure braucht nur sehr wenig Zucker, um süß zu schmecken. So kann es passieren, dass ein Apfel zwar viel Zucker hat, aber immer noch sauer schmeckt. Oder eben genau andersherum. Ein Apfel schmeckt eher süß, hat jedoch fast keinen Zucker. Auf den Punkt gebracht. Saure Äpfel haben nicht weniger Zucker, sie haben einfach mehr Säure. Von wie viel Zucker sprechen wir eigentlich in so einem Apfel? Da muss man etwas vorsichtig sein bei der Antwort. Der moderne Apfel ist supermarkttauglich. Das heißt, er ist relativ gleichgeschalten. Er braucht ein gutes Aussehen, gute Lagerfähigkeit, Festigkeit. Er muss leicht im Anbau sein, leicht geerntet werden, schnell wachsen. Aber die Inhaltsstoffe und auch der Geschmack. Klar, er muss schmecken. Aber der Geschmack steht als alleiniges Kriterium nicht mehr im Vordergrund. So kommt es auch, dass unsere Supermarktäpfel, egal wie sie heißen, Gala, Pink Lady, Prayer Burn, sich auch im Zuckergehalt relativ ähnlich sind. Sie besitzen so etwa 10 bis 13 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Nimmt man hingegen alte Apfelsorten, so unterscheiden sich die Zuckerwerte sehr, sehr deutlich. Hier liegt der Korridor zwischen etwa 5 bis sogar 35 Gramm. Das zeigt uns, dass die Frage nach dem Zuckergehalt eigentlich nicht wirklich beantwortet werden kann. Es kommt beim Genuss eines Apfels auch nicht wirklich auf die Kalorien oder auf den Zuckergehalt an. An apple a day keeps the doctor away und genau darauf kommt es an. Äpfel sind super gesund. Sie enthalten erst mal 80% Wasser und damit keine Kalorien. Sie enthalten viele wertvolle Mineralien wie Eisen, Magnesium, Phosphor, Calcium, Kalium und reichlich mehr. Außerdem stecken Äpfel voll mit Ballaststoffen und Vitaminen. Ballaststoffe helfen uns sogar beim Abnehmen. Egal wie viele Kalorien ein Apfel hat, sie quellen in unserem Darm auf. Damit bekommt der etwas zu tun und wir haben nicht gleich wieder Hunger. Fazit für uns. Bei Äpfeln kommt es wirklich nicht auf die Kalorien an. Geschmack ist Trumpf. Wir haben weltweit über 30.000 Apfelsorten. Allein davon 2.000 bis 5.000 in Deutschland. Kommt ganz darauf an, welcher Quelle man glauben darf. So ganz genau weiß das wahrscheinlich gar niemand. Unsere Empfehlung an euch. Geht mal wieder auf den Wochenmarkt. Schaut euch da um. Findet euren ganz persönlichen Lieblingsapfel. Ihr werdet ganz viele Sorten finden, die es so im normalen Supermarkt nicht zu kaufen gibt. Und Kalorien spielen da wirklich gar keine Rolle. In diesem Sinne. Bleibt gesund. Und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017